Die Sendung wurde live untertitelt Die Nagelpistole hast du auch dabei. Also ist jetzt alles da von der Kiste trüben? Eigentlich ja. Brauchst du was zu essen? Nö. Ich hab grad die Eier gefuttert und danach muss ich was raus. Hast du dir selber noch welche gemacht? Nö, die da alle auf dem Feuer waren. Waren dann noch welche? Ich hab doch alles mitgenommen. Ja, toll. Ähm, dann kann ich da nochmal Fackeln bauen, oder? Nö. 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 Oh Mann, was a 對. sinaasinn. Konserve mit Wasser. Es ist ja irgendwie ... Nö. Damit fangen wir jetzt nicht mehr an. Serve. Uuh. So, was hab ich denn hier? Ich hab zwei Fackeln. Eine wollte ich nochmal aufbauen. Natürlich schwebt die so'n bißchen Uft um. Das ist ok. was hatte ich jetzt gerade im kopf ich wollte irgendwas machen mensch also das wollte ich hier weg können das wollte direkt packen das ist okay das brauche ich auch nicht mehr die rosen war ja nicht mehr lagerfeuer lagerfeuer das nehme ich noch mit die knochen das habe ich erst noch mal das passt dann wohl nicht mal rein das sind noch reingepasst haben wir schon patronen in der kiste haben wir nicht müssten vielleicht noch eine zweite kiste bauen ich brauche noch eine zweite kiste ist sie schon so voll oder was kostet ja auch nicht so viel nee es ist so blöd für die übersichtlichkeit wenn man ständig da neue hat und so ja so wie könnten wir das denn sortieren werkzeug packen wir darüber oh je das brauchen wir gar nicht zu sortieren glaube ich beziehungsweise wüsste ich jetzt gerade gar nicht wie jucke sieht's die nehme ich mal mit das nehme ich auch mit ja oh kartoffeln das ist auch okay kaffeebohnen die kann man nicht anpflanzen doch nicht das mal alles darüber was so pflanzlich ist ja egal jetzt habe ich das da okay ja dann habe ich ein bisserl was irgendwas stimmt hier nicht jetzt habe ich schon wieder die 2 also zwei kisten gebaut mann ich weiß ja auch nicht dass viele früher immer besser überlegt ist im letzten mal ja auch dann diese diese komische baggie brücke dann ja gut vielleicht ist auch einfach nur weil ich zu schnell auf hier taste drückt aber weiß wer weiß ah kaffeesamen so dann kann ich das wieder rein tun 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 ich drücke an die falsche taste schnee kommt wieder da rein mit das hier gut 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 damit kann man was anfangen äh steht das in phasen gesicht naja tut mir ja gar nicht weil du bist so unsichtbar das für den ganzen gläsern passt jetzt wieder allein gedampft worden na also auch zum teil brauchst du wasser ja ich werde aber gerne den schnee verbraten ich kann ja ein paar leere dosen nehmen ja geh mal weg da naja schon gut geh mal weg da dann packe ich mal fünf wasser rein jetzt sind da sieben wasser drin und ja gut kannst du die kannst du die Dosen verwenden wenn du möchtest ja ich muss aufpassen weil er was für tasten ich drücke deshalb baue ich vermutlich sacht 15 mal hier multiplizieren mit 15 ja bitte genau die bist du bei kugeln kann ich eigentlich auch da rüber packen das sind munition ist jetzt mal wieder dark hier ja irgendwie kommt so ein mensch recht lange vor ja ja vor allem mit nichts zu tun hat ja 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 da ist was dran da ist was dran kann man das hier überhaupt noch abbauen oder stehen wir dann in der hütte drin was denn hier die schrägen weiter die die dachschrägen die sollten wir noch weiter abbauen können soweit ich weiß ist dass da drunter eine Pyramide eine bestimmte Pyramide aah macht also nicht so fies Sinn aber ist auch nicht schl es sind zerlegen ach mein Ohr juckt ah ich komme hierher Kopf wieder gerade schieben Ich hab mir mal wieder den Knöchel verstaucht, ne? Ja, was fällt man denn auf einmal vom Dach, wo vorher noch Dach da war? Das ist doch nicht okay. Du glitschst anscheinend als Geist durch diese Welt. Wie oft du jetzt schon runtergefallen und durchgefallen bist. Kann tatsächlich sein. Ja! Oh, jetzt brennt die Gute. Siehst du die? Warte mal. Ja, ich hab da unten was her. Doch, die seh ich. Naja, jetzt ist sie hinüber. Und nichts drin. War das gerade des Tages... Leuten? Kann sein. Ne, glaub nicht. Baue ich mir weiter oben hier. Da, ich hab dir extra was mitgebracht. Auf Heuballen kannst du sicher landen, ohne dir dabei wichtige Knochen zu brechen. Ja, ich hab sie ja nicht gebrochen, hab sie nur verstaucht. Ja, genau. Ja. 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 Ja, war dann irgendwie auf einmal das Dach zu Ende. Es ist ja nicht so schön. Nein, es ist, äh, schade. Sozusagen. Ja, schade. Nicht so schön und schade. Äh, eher unangenehm. Vom Dachfeld ist es nicht so schön. Boah, 20 Leder. Ja, was hast du vor? Glasebalk bauen. Glasebalk. Dann müssen wir noch ein paar Häuser looten. Ja, auf Gott sei Dank brauchen wir das. Naja, okay. Okay. Ja, ich versuche jetzt hier gerade mal irgendwie das Fundament zu erweitern, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, damit wir ein bisschen ausbauen können sozusagen. Weil die Schrägen sind mir etwas suspekt, so auf wie ich da jetzt schon runtergefallen bin. Oder? Ja. Boah. Er sagt gar nichts zu. So, okay, nur hier bin ich alt. Doch, doch. Ich will einfach auch nichts sagen. Ich hab nur einen Stein. Was soll das denn hier? Würdest Tach, dann kann ich zu meinen Garten. Hä? Hast du das hier drauf gebaut? Ja. Achso, für die. Um die Quest zu melden, ich verstehe. War schnell was drauf gebaut. No. So. Wie war das denn? Äh, Kette. Wie brauchte Talg. Wie kriegt man denn Talg? Na komm, na komm, na komm. Kann ich mal ein bisschen Skills verwerten? Schau mal, wie viel haben wir denn? Was ist denn jetzt hier denn los? Das ganze Spiel ist im Eimer. Ja, schön. Jetzt. Damit hier fährt. Ja, okay. Ja, Skills. Ach, schon wieder das hier. Der Überlebende. Kameramara. Wie viele Punkte habe ich denn? Oh. So viele. Okay. Jawohl. Was wäre denn noch sinnvoll? Schneller fertigen. Kann man machen. So. Ah, Bogenschießen ist auch noch. So. Dann habe ich da ein bisschen was gelernt. Ist jetzt Tag? Ne, war Tag? War gerade Ton? Habe ich da was gehört? Keine Ahnung, was du da hörst oder träumst, oder? Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Ähm. Nö. Ja, aber ist das denn okay, hier das Fundament zu erweitern? Kannste machen. Ist vielleicht ein bisschen Verschwendung. Wieso Verschwendung? Ja, also, ja. Wenn man gerade in der Nacht nichts zu tun hat, dann können wir das ja auch machen. Ja. Ja, mein kleiner unsichtbarer Freund. Das ist echt schlimm, weil es sieht ja nur die Brocken fliegen, ey. Wunderbar, es ist endlich Tag. Ein Teig. Es ist endlich Teig. Ja. Holzrahmen. Das fällt doch voll aus dem Rahmen. Pass auf, es sind jetzt keine Holzrahmen mehr da, wo vielleicht eben noch welche war, nicht? Warum denn? Hey, lassen wir unsere Hütte in Ruhe hier, du. Du, das macht nichts. Es ist saustabil. Musst dich nicht drum kümmern. Ist ja auch sauer, Mann. Ah, jetzt habe ich kein Holz mehr. Das ist blöd. Ich wollte das hier loswerden. Das wollte ich essen. So. Wie bist du jetzt runtergekommen? Ich habe hier den Rahmen abgebaut. Toll. Wie soll ich hier runterkommen? Ah ja, Rahmen abbauen. Du kannst dich auch einfach auf was fallen lassen. Ach du, ich dachte, du sind jetzt alle abgebaut. Okay, ich muss verstanden. Ich habe auch alle abgebaut. Nein, hast du nicht. Meine hast du nicht abgebaut. Na, ich habe nur meine abgebaut. Ja, natürlich. So. Dann wollen wir uns nochmal schnell um das Feld kümmern. Das ist dann hier nämlich nachhaltige Nahrungsbeschaffung und so. Weiße Bescheid. Was für ein Wetter hier, ne? Das ist schön neblig. Das ist interessant. Das habe ich noch gar nicht gesehen. So. So. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Ja, äh, also der Plan ist jetzt ja schon erstmal so ein bisschen die Base aufbauen und dann schauen, was so die Umgebung bringt, oder? Klingt doch nach einem Plan. So. Einfach sammeln, weitermachen, weitermachen. Es fehlt halt ja viele Basissachen ja leider noch. Ja, ja, klar. Schraubenschlüssel. Okay. So. Na ja, dann kann man hier nochmal. Okay, kann man auch nochmal einsammeln. Dann setzt man das da so rüber. Dann haben wir hier ein bisschen Mais im Angebot. Ja, ich habe ja auch Samen reingelegt. Äh, ich glaube, die habe ich schon rausgenommen. Mhm. So. Saatkartoffeln. Das ist okay. Dann machen wir hier mal ne Kaffeepflanze hin. Grüße an dem, oder was das hier sein soll. Machen wir auch mal hin. Krasse Themen. Krasse Themen. Nur bei uns. Und dann sind wir auch schon wieder bedient. Höh. Oh. Jetzt brauche ich trotzdem nach wie vor Stein und Holz. Da nehmen wir doch mal den Stein mit. Weil da hinten vermutlich immer noch hier diese Hunde da rumhängen. Ein Baum würde ich gerne auseinander nehmen. Nehme ich mal einen Baum auseinander. Ja, was ist eigentlich hiermit? Toll, jetzt bin ich nass. Äh. Okay, das bringt hier irgendwie gefühlt nicht so viel. Aber das ist doch gut. Äh, ich habe gerade voll Schiss, dass gleich oben die Ecke hier so drei, vier, äh, Zombiehunde vorbeischauen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich auf den Trichter komme, aber... Wundert mich jetzt auch so ein bisschen, ja. So. Hier nochmal. Ja, aber irgendwie die Werkzeuge wären echt nicht besser, ne? Ah, ich hatte jetzt auch Werkzeuggeschmied gar nicht gelevelt. Vielleicht muss man das mal machen. So. Dann habe ich aber hoffentlich ein bisschen Stein vor. Das wäre aber wünschenswert. Irgendwie knapst ich hier die ganze Zeit an dem Zeug rum. Aha, Bauwerkzeuge ist jetzt auf Level 7, ne? Oh, schön. Was auch immer das jetzt heißt, das ist so noch die Frage. Ja, wie wäre es ja, du das halt brauchst, ne? Nächste Frage. Nee, nee, ich habe es nicht geskillt. Das kam jetzt dadurch, dass ich einfach hier ein Fels abbau. Achso, ja, das muss dann geht es ja wieder, ja. Genau. Oh, und den Bogen sehe ich gerade. Den kann ich eigentlich auch gleich bauen. Bevor ihr mir weg geht, wenn ich es brauche. Das wäre ja nicht so schön. So. Dann. Bogen. Holz Bogen. Achso, ich brauche Holz für den Holzborgen. Was ist das denn? Aber das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Ja. Dann nehmen wir den Baum auseinander. Ha, ich freue mich schon. Vielen Dank für's Schauen. Euer KV. Ich freue mich schon. 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 Ich freue mich schon.